Natürlich sind wir enttäuscht. Wir hätten gerne hier zu Hause natürlich auch gepunktet. Aber grundsätzlich war die Art und Weise okay. Wir waren gut in unseren Abläufen drin, haben wenig zugelassen gegen die Bayern. Es ist natürlich bitter und schade, dass du dann in zwei Minuten zwei Tore kriegst. Die Fans sind mit uns und das ist wie wir es wollen. Wir wollen einen guten Teameffort und die richtige Mentalität zeigen. Das bringt uns vor. Heute war es nicht genug, aber 75 Minuten müssen wir verbessern. Man hat gesehen, dass wir es mit aller Macht wollten, aber es hat leider nicht sollen sein. Ja, ich kann nicht erwarten, dass wir hier wieder spielen. Es ist wirklich unser 12. Mann. Sie haben es nicht. Sie haben es. Wir spielen gegen Baden. Aber als Spieler wollen wir ihnen nur drei Punkte geben. Aber wir werden ihnen in den kommenden Spielen geben, was sie wollen und was wir wollen. Wir müssen weitergehen und ich muss ihnen für ihre Unterstützung bedanken. Und ja, es wird sicher besser werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.